Willkommen zu meinem Review-Video über die Bohmann Kühlgefrier-Kombination. Diese Kombination aus Funktionalität, Design und Preis ist eine perfekte Wahl für jeden, der auf der Suche nach einem zuverlässigen und geräumigen Kühlschrank ist. Mit einem Fassungsvermögen von 122 Litern bietet der Kühlschrank genügend Platz für frische Lebensmittel. Die höhenverstellbaren Glasregale ermöglichen eine flexible Anordnung und effizientes Platzmanagement. Die LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung und macht es einfach, alle Lebensmittel im Kühlschrank zu sehen. Das Gefrierfach mit einem Volumen von 53 Litern bietet ausreichend Platz für Tiefkühlprodukte. Die 4-Sterne-Kennzeichnung garantiert eine ausreichend niedrige Temperatur, um Lebensmittel frisch zu halten. Außerdem sind die Lebensmittel aufgrund des transparenten Gefrierfachdeckels leicht zu erkennen, was die Organisation unterstützt. Die Bohmann-Kühlgefrier-Kombination ist mit einem Gewicht von 45 kg und einem Kulant von R600A ausgestattet. Der Stromverbrauch beträgt 70 W und die Spannung beträgt 220 bis 240 V 50 Hz. Die Klimaklasse NST, plus 16 Grad Celsius, Tilde plus 38 Grad Celsius, sorgt dafür, dass der Kühlschrank in verschiedenen Umgebungen effizient arbeitet. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt bietet die Bohmann-Kühlgefrier-Kombination ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Die Bewertungen von zufriedenen Nutzern bestätigen dies. Marcel schreibt, ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, die Bohmann-registriertes Warenzeichen-Kühlgefrier-Kombination vor kurzem zu kaufen. Verwenden Sie einen anderen Namen sagt, wir haben etwas für das Büro gesucht, relevant waren für uns Füllvolumen und ein guter Preis. Der Wechsel des Türanschlags geht schnell von der Hand. Kühlen und Gefrieren funktioniert. Geräuschpegel ist unauffällig. Es gibt sicher schönere und stromsparendere Geräte, aber man weiß hier im Vorfeld, was man kauft und bekommt zu einem fairen Preis von etwas unter 290 Euro. Insofern passt hier alles zusammen. Frank Mertens sagt, diese Größe reicht völlig aus und der Geräuschpegel ist akzeptabel. Ausreichend Fächer und helle Beleuchtung. Platz und Strom sparender als zuvor, was die Anschaffungskosten nach zwei Jahren kompensiert, so ungefähr. Ich bin zufrieden und gebe in allen Bereichen vier Sterne, denn High-End gibt es zu diesem Preis natürlich nicht. Gut und günstig. Preis-Leistung ist entscheidend. Die Bohmann-Kühlgefrier-Kombination ist eine großartige Wahl für jeden, der auf der Suche nach einem geräumigen und zuverlässigen Kühlschrank ist. Mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und positiven Bewertungen von zufriedenen Nutzern ist es eine Investition, die sich lohnt. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und von den Vorteilen zu profitieren, die es bietet. Vielen Dank fürs Zuschauen! Kühlschrank 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 Kühlschrank